Heyo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Mario vs Donkey Kong. Es geht weiter in Welt 2 und vielleicht wundert ihr euch warum, wenn es eine lange Zeit nichts kam. Das kann ich euch dann gleich erzählen, wenn wir irgendwie nichts Neues mehr zu erzählen haben. Und ja, wir gehen einfach mal in 2-5, weil jetzt kam halt lange Zeit neben Hyrule Warriors, kam halt kein anderes Projekt. Und ja, so eine lange Zeit, das ist ein bisschen übertrieben gesagt tatsächlich, weil es gab längere Zeitperioden, wo ich nichts anderes hochgeladen habe, außer irgendein bestimmtes Projekt. Und da war die Zeitperiode, die war relativ kurz. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen... Nein, Mini-Mario, er lebt noch, er lebt noch, ja, er lebt noch. Und gleich ist er tot. Na los, wow. Ach du Scheiße. Es geht wieder los, es geht wieder los. Aber gut, wir sind noch in den leichten Gebieten dieses Spiels tatsächlich. Also wir sind jetzt noch in Welt 2, was ein bisschen komisch klingt, weil wenn man bedenkt, das Projekt, das geht jetzt wie lange schon? Wie viele Parts nehme ich das jetzt schon auf? Und wir sind immer noch in Welt 2, da muss man dann mal irgendwann hinterfragen. Aber das liegt daran, dass wir jetzt irgendwie in den Plus-Welten sind, für die, die gerade erst neu eingeschalten haben. Und die Plus-Welten, meine Freunde, die sind schwieriger als die normalen Welten und das sind nochmal so eine richtige Herausforderung, ist das. Und die versuche ich gerade zu meistern auf ein neues, das habe ich ja schon mal, auf dem Game Boy Advance damals, als das Spiel rauskam, richtig episch das Spiel hat. Mega viel Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Bin da ewig lange dran gesessen und ja, es gab die Momente, bei denen ich dann geheult habe, weil ich nicht weitergekommen bin. Aber an sich, es hat sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie dieses Level und da kriege ich natürlich auch wunderbar den Goldstern. So, warum kam nichts von Mario vs. Donkey Kong von der Legende? Ähm, beziehungsweise warum kam nichts neben Hyrule Warriors? Das liegt ganz simpel daran, dass ich bei Hyrule Warriors keine Pause machen darf. Und bei den anderen Projekten, gut, die laufen, also Mario vs. Mario vs. Luigi zusammen durch die Zeit, das läuft ja jetzt doch schon relativ lang. Aber bei dem Spiel darf ich tatsächlich eine Pause machen und hier bei... Okay, das war falsch. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ging denn das Level nochmal? Nicht reinspringen. Ähm, ich denke, ich nehme das Nashorn mit nach ganz oben. Ich denke, dass es dort am wenigsten stört. Versuchen wir's. Ich erinnere mich an das Level auf jeden Fall. Das war, das war nicht leicht, das Level. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie ging das? So, weg mit dir, Nashorn, und here we go. Weil der Mini Mario, der kann definitiv auf keine Schalter drücken. Ja. Ja, nee. Wie hat das... Nein. Hä? Wie ging das? Gut, es gibt noch eine Möglichkeit, die du noch nicht ausprobiert hast. Sie ist zwar ein bisschen krank. Ja, die ist... Die geht nicht. Mit einem Dreiersprung kommst du dann nicht rechtzeitig hoch. Ach, du Scheiße. Ja, die lange Pause hat mir nicht gut getan. Ich muss gelb... Ach, dieses Drecks Mini Mario teilen. Ich muss gelb aktivieren. Und dann nach oben. Aber ich komm dann nicht mehr durch. Ich denke, ich habe es tatsächlich. Es ist einfacher, als es aussieht. Mini Mario, komm hier rüber. Das ist zur Hälfte richtig. Das ist... Ja, nee. Okay. Das Level ist geschafft. Aber wie kam ich an das letzte Päckchen ran? Ich kann doch da keinen Dreiersprung machen. Mario stirbt. Das müssen wir uns eben nochmal ansehen, bevor es ab zum Boss geht. Das würde ich dann doch gerne im Part schaffen, weil es ist halt schließlich Welt 2. Es war Welt 2 Plus. Aber es ist Welt 2. Ich muss das... Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist gerade ein Problem, dass ich keine Ahnung habe. Das ist eigentlich einfach mal gar nichts. Das war gut geworfen einfach nur. Das sieht man mal wieder, welche Note ich im Sport habe. Wenn das Nashorn schon... Ja, okay. Wir werfen im Sport nicht mit Nashorn. Ich weiß ja nicht, wie... Wie das so mit den Fliehkräften und so weiter ist. Aber... Aber gut. Das war trotzdem. Sehr seltsam. Ist da was? YOLO! Nicht... Och, Mini Mario. Du machst es hier aber auch spannender denn je. Komm hoch. So, und jetzt gehen wir hier rein. Dankeschön. War doch nicht so schwer. Aber der ist eh Fisch abgerollt. Da muss man mal sagen. Das habe ich... Die... Die Animation, die habe ich tatsächlich noch nie gesehen, wie der abrollt. Wie der sich abrollt. Na dann. Zocken wir noch ein Bonus-Game. Bevor es ab zum DK-Boss geht. Wow. Sechs Leben verloren. Wie lange ist der Part? Fünf Minuten. Das geht in dem Spiel tatsächlich schneller, als es einen lieb ist. Ich meine, kriegen wir eins dazu wieder. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ey, der DK-Boss. Der ist Hardcore. Ab geht's. Da war der erste Nichts dagegen. Wir sehen, da unten sind Stacheln. Und diese Stacheln sind für unseren guten alten Klempner-Kumpanen Super Mario, der Instant-Kill. Das klingt jetzt richtig einfach, weil ich halt den Boss damals schon richtig chillig habe. Da habe ich es einmal gezeigt, wie das aussieht, wenn man... Ne? Und so. Und ich denke, jetzt... Jetzt machen wir den Boss. Der ist Hardcore einfach. Also, ihr habt es gerade gesehen. Der ist absolut nicht einfach. Was, 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 was? Okay, jetzt... Chill, DK. Wirf keine Flöhe mehr. Für mich sind dort immer Flöhe gewesen. Die er hier wirft. Jetzt... Irgendwann soll man eine Frucht wieder. Hallo? Ich bin doch hier eingekesselt. DK. DK. Mach doch. Dankeschön. Okay. Nice, nice, nice. Das sind natürlich Spielzeugroboter, für die, denen es nicht aufgefallen ist. Und damit haben wir Welt 2 abgeschlossen. Nice, nice. Mit allen Goldsternen. Jetzt würde ich sagen, meine Freunde, geht's ab in Welt 3. Die Hälfte hätten wir dann schon wieder, wenn wir Welt 3 geschafft haben. Und vielleicht geht sich die ja noch in dem Part aus. Ich erinnere mich an ein Level. Das war Hardcore. Aber der Rest ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Gucken wir. Gucken wir, wie es aussieht. Erstmal flieht der gute Affe wieder. Here we go. So. An das Level erinnere ich mich. Ich bin nämlich ein ganz, ganz krasser. Und da muss ich jetzt den Mini Mario nämlich hier hinten einsperren, weil das ist ein... Mini Mario. Nein. Mini... Restart. Wenn der schon so scheiße anfängt. Here we go. Ja, der muss nämlich da eingesperrt werden, weil ansonsten... Was mache ich hier eigentlich? Ansonsten hüpft nämlich der Mini Mario geradewegs in die Stacheln. Und das ist etwas, das wir definitiv nicht wollen. Denn wir wollen zuerst hier gelb aktivieren. Und jetzt den Mini Mario kommen lassen. Und dann jumpt der hier so ein bisschen. Und jetzt muss ich hier blau aktivieren, damit der gute Mini Mario das Päckchen holt. So, jetzt muss ich gelb aktivieren, damit der Mini Mario hier nicht direkt in die Stacheln hüpft. Dann hier weiter, weiter, weiter. So, ja, okay. Das ist chillig. Da brauchen wir nämlich einfach nur geradewegs nach unten fallen. Das Leben holt er uns auch. Und dann wäre... Kommst du? Und dann wäre es auch schon geschafft. Ist ein recht chilliges Level. Aber für den Einstieg... Okay. Das schaue ich natürlich locker auf den Goldstern. Das war nämlich skillhaft wie eh. Und je. Und ich freue mich gerade, dass wir nur die Pfeile anhalten in die Spiele bekommen. Denn die sind relativ schnell vorbei. Gegensatz zu... Den anderen. So, der A-Vogel returns. Haben wir gesagt, der kommt nochmal. Und ach du Scheiße. Ich erinnere dieses Level. Das Level ist shit. Okay. Das war... Das war gut. Das war sehr gut. Das war definitiv nicht richtig. Könnte ich jetzt schon sagen. Der Mini Mario muss runter. Ich glaube, das Level war auch extrem knapp berechnet von der Zeit her. So, du gehst runter. Mini Mario. Ja, nee. Da kackt der Vogel einfach auf meinen Mini Mario drauf. Hier kann man definitiv ein gutes Best-of machen. Besonders aus dem Part. Da dürfte man eine ganze Menge fürs Best-of bekommen. Wehe, du kackst auf meinen Mini Mario. Ich warne dich, mein Lieber. Schnell unten durch. Wunderbar. Habe ich dich. Und jetzt hier. Nice. Okay, der hat gekackt. Und ins Ziel. Dankeschön. Ach du Scheiße. Aber wenn ich mich unter so einen A-Vogel halt duke, dann halte ich immer extrem die Luft an. Weil, wenn der kackt, dann, da, 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 ne. Jetzt gerade, ich habe gerade das Fenster offen. Das habe ich ausnahmsweise mal offen. Und da ist gerade total die laute Sirene. Krass. Ich hoffe, die hört man nicht so im Video. Aber eigentlich dürfte der In-Games-O-N-Lauter sein als da. Ich glaube, mein Hetze zeichnet das gar nicht auf. Das nimmt das so ein Störgeräusch wahr. Na dann, wir versuchen es mal zu ignorieren. Auch wenn das extrem laut ist. Ich habe... Wop the fuck. Ignorieren. Wir haben es gerade gesehen, wie das aussieht, wenn man was ignoriert. Dann geschieht es erst recht. Na dann. Ich denke, ich mache das Fenster zu kommen. Ja, da, ne. Mal so mitten in der Aufnahme. Das Fenster zu machen, ja. Und schon ist es viel leiser. Nice. Schon ist es viel leiser, wollte ich sagen. Da wäre ich natürlich von so ein... Ey, das Level ist nicht schwer. Wobei, es ist eigentlich doch relativ schwer. Scheiße. Ich mag das Level nicht. Ich mag das Level überhaupt nicht. Das ist richtig Hardcore-Shit, das Level. Besonders, weil wir den ganzen Weg dann nochmal zurück müssen. Und ich absolut keine Ahnung habe, wie ich das schaffen soll gerade. Das ist so knapp berechnet. Das ist so knapp berechnet. Wann muss ich denn da laufen? Wenn der Typ runterkommt. Oder? So. Hoch, runter, drüber. Hoch, runter, drüber. Ehm. Wenn der Typ hochkommt. Wann soll ich los? Ding. Wann? Spiel. Bitte. Wann soll ich losjumpen? Ja, ne. Ach, dieser Mini-Mario ist doch ein. Da gehen jetzt Leben drauf. Da können wir uns jetzt von einer großen Anzahl an Extra-Leben verabschieden. So. Hoch und drüber. Wann soll ich los? Das ist gerade ne gute Frage. Ich, ich hab's mal hierhin geschafft. Das ist, das ist doch gut. Wann soll ich da rüber? Wann soll ich da rüber? Das ist einfach ne extrem gute Frage. Die ich leider nicht beantworten kann. Okay. Der Mini-Mario lebt noch. Ich bin gerade selbst ein bisschen begeistert davon, dass der noch am Leben ist. Ja. Ich hasse dieses Level. Aber das Schlimmste kommt, glaube ich, danach. Das ist natürlich die Frage, ist das Geisterhaus leichter? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe rüber, wenn der runter geht. Ja. Das ist gut. Nee, der ist tot. Es ist glück. Es ist glück. Sagen wir es einfach so. Es ist glück, ob ich das schaffe oder nicht. Das hängt ganz allein vom Glück ab. Hoffen wir, dass mir das Glück wohl gesonnen ist. Nice. Und wenn ich unten lang renne? Das ist ne gute Frage. An sich muss Mario ja nur am Ende oben sein. Ne, er muss eigentlich gar nie oben sein. So. Er hat die Stelle. Die ist hart. Rüber mit dir. Geil. Kleiner Mann. Na, da hätte ich jetzt rüber müssen, wenn der oben ist. Aber das kann man so schlecht timen. Aber guckt euch Mario an. So eine Pose. Einzigartig. Sein kleines Kind ist gerade gestorben und er freut sich, dass er einen Dreiersprung bekommen hat. Nice. Also, das ist ein einzigartiger Vater. Wusste man schon sagen. So, wann muss ich rüber? Ich denke, das war richtig. Es ist schwer. Es sieht so einfach aus. Aber ich kann jetzt nur wirklich das sagen, was alle sagen. Spielt es einmal selbst. Spielt es einmal selbst und seht es euch selbst an. Fühlt selbst den Schmerz von Mario vs. Donkey Kong. Ja, tot. Wann soll ich rüberjumpen? Ich kapiere es einfach nicht. Wann zur Hölle soll ich da rüber? Laut dir. Spiel. Immerhin haben wir jetzt das hier schon mal hinbekommen. Dass ich hier unten lang kann. Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen. Ja, geh rüber, Mann. Here we go. Sehr nice. Ey, wehe. Ich verreck noch. Wehe. Geh rein. Ich denke, jetzt habe ich es um eine Minute. Um eine Sekunde habe ich es jetzt verkackt. Ich sage es euch. Aber dann setzt es eine. Dankeschön. Holy shit. Na dann. Geschafft ist geschafft. Und wenn es geht, dann noch ein Level bitte in dem Part. Dann habe ich eine ganze Welt geschafft, könnte man sagen. In dem Part. Ein bisschen mehr wäre natürlich schon nice, so. Dass ich die dritte Welt in dem Part abschließe. Aber das schaffe ich halt leider nicht mehr. Das schaffe ich leider nicht mehr. Dafür habe ich einfach schon viel zu viel Bullshit fabriziert in diesem Part. Und dieses Level hier. Da muss man froh sein, wenn man das hinbekommt. Auf die Schnelle. So. Und zwar. Ich höre gerade, dass es eine gute Musik ist. Und zwar muss der Mini Mario hier rein. Das muss er. Der muss sich dann das Paket holen. Ja und jetzt kann ich schon vergessen, denn jetzt jumpt er hier rüber. Und jetzt muss ich den eben wieder hier runterschicken. So und jetzt muss ich hier so schnell wie möglich runterfallen. Damit eben der Mini Mario clever genug ist, dasselbe zu machen. Dann muss ich den Mini Mario hier dazu bringen, dass er das Geschenk holt. Und jetzt, so schnell wie möglich, Mini Mario nicht mich behindern. In der Ziel. Und ich denke, dort ist Gold. Damals, meine Freunde, da hast du gerätselt. An diesem Level hast du gerätselt und ich glaube, ich habe es irgendwie durch Glück geschafft. Aber ich bin ewig lange daran gesessen. Schön, dass ich euch jetzt zeigen konnte, wie es funktionieren soll. Schön, das freut mich tatsächlich gerade. Dann können wir natürlich noch ein Level reinpacken. Drei Strich, fünf. Das ist, oh, das ist chillig. Also sollte ich dieses Level nicht hinbekommen, dann weiß ich nicht, was los ist. Dann weiß ich es tatsächlich nicht, weil das ist so einfach. Einfach, einfach, weil einfach, einfach, einfach ist. Komm hoch, Mini Mario. Jetzt werfen wir. Na gut, funktioniert. Ja, sehr gut funktioniert. Aber ihr habt gesehen, auf was ich hinaus will, ne? Here we go. Komm hoch. Kleiner Mann. Und dann einmal hier hoch und wunderbar, da wäre er im Ziel. Good job, Lil Guy. Normalerweise soll man das Fass halt holen, indem man oben lang geht, aber mit einem guten Jump, wie ihr gerade gesehen habt, spart man sich da einiges an Zeit und dann ist man im Ziel. Nicht schwer, nicht schwer, nicht schwer, nicht schwer. Kriegen wir noch ein Level hin? Ich denke, ich denke ja. Und dann hau ich jetzt noch ein Level in den Part rein, weil ich eben krass bin. Dann gibt's beim nächsten Mal den DK Boss von Welt 3 direkt. Aber meine Freunde, der Aachvogel returns. Und der mag mich überhaupt nicht, wenn man hier sehen kann. Und aus dem Grund hole ich mir hier direkt mal das Päckchen über ihn. Mach einmal so. Jetzt muss ich hier nach unten. Dann du, du musst sowieso. Also, ich hab dich nicht in die Richtung geworfen. Ich hab dich in die Richtung geworfen, weil da störst du mich am wenigsten. Ähm, kann Mario da hoch? Nein, kann er nicht. So, jetzt muss ich hier erst mal. Das wird richtig hart. Ähm. Ich krieg das Päckchen auch so nicht. Ne, ich glaub, das Level krieg ich nicht hin auf einen Goldstern. Auf Anhieb. Nicht auf Anhieb. Ja, jetzt hab ich ein Problem. Weil jetzt kommt eben der Aachvogel. So richtig gotta go fast. So Sonic-Style. Na, immerhin hab ich alle Päckchen. Da muss man auch mal hart abfeiern. Immerhin hab ich alle Päckchen. Nicht. Na dann. Und ich hab gerade was gesehen. Und zwar, dass ich extrem dumm bin. Ende der Diskussion. Hab nämlich gerade gesehen, wie ich mir ne Menge an Zeitspaß, sofern ich an dem hier vorbeikomm. Ganz schnell. Aber auch das, meine Freunde, das krieg ich hin. Denn der Typ, der muss einfach hier nach unten. Das klingt jetzt so, so, so richtig auffordernd, so, so, als ob das gar nicht sein soll. Aber ich sag's euch, der wird später noch ein richtiges Problem, wenn er den nicht nach unten befördert. So, denn jetzt kann ich hier einfach hier nach unten den Mini-Mario so aufheben. Und dann begeben wir uns auf ein heißes Abenteuer, meine Freunde. Und der lebt noch, der Mini-Mario. Ja, er lebt noch. Jetzt krieg ich ein Problem. Jetzt krieg ich ein Problem. So, ich muss jetzt hier mit Mario nochmal nach oben. Fuck off! Das war laut. Das war laut. Arschloch von was auch immer, Shy Guy. Moment! Wir können direkt schon neu starten. Der Shy Guy wird nämlich den Mini-Mario töten, bevor ich da drüben ankomme. Wisst ihr was? Ich lass den da stehen. Ich lass den alten Couch da stehen. Tatsächlich. Weil egal, wo ich den hinpacke, er ist mir immer nur im Weg. Und dann lass ich den Guten einfach da stehen. Ich kümmere mich jetzt um ihn. Okay, ich leb noch. Ach, ich bin gerade selbst ein bisschen begeistert. Ich bin tatsächlich gerade selbst ein klein bisschen begeistert. So, jetzt einmal noch ausweichen. Gut. Und jetzt nichts wie hier hoch. Und jetzt aufpassen, dass wir keine Probleme bekommen. Hier hol. Und schnell ins Goal. Thanks, God! Ach, du Scheiße. Und da ist der Part wieder 25 Minuten geworden. Aber ich wollte das Level unbedingt noch in den Part reinpacken. Und ich hab's verkackt. Mann! Wirklich? Gut, dann sehen wir uns da beim nächsten Mal wieder, wenn ich's geschafft hab. Das sind zehn Sekunden, die ich sparen muss. Wo soll ich da zehn Sekunden rausholen? Ist ne gute Frage. Na dann, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Bis zum nächsten Mal.